Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was man dagegen machen kann. Das ist mir leid, der musste einfach raus. Schöne Stimme, danke. Oh mein Gott. Für mich heute irgendwie... Richtig Matsche. Nein, nein, nein. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Ihr seid doch immer meine Versuchskaninchen. Ihr mögt doch es... Versuchskaninchen zu sein, oder? Sprachen lernen, Babbel. Sag nicht nein. Will in deinen Arsch. Au! Nein, nicht den Heimkirrknochen! Miss Input, Miss Input, calm down! Nein, ich habe mich verdrückt. Ja, sag mir bitte nicht, dass ich eine Pause machen soll. Rast dich aus. Nee. Aua. Einer nach... Ah nein, nicht von hinten! What the fuck? Der ist ja im Rollstuhl. Also nicht, dass es sie ist. Sonst kam ich jetzt gerade nicht so, wie ich es eigentlich sagen wollte. Oh Mann. What the fuck? Was ist denn mit Karsten los? Danke für den zweiten Monat. Der zweite Monat ist der günstigste... Ist der günstigste Monat? Der zweite Monat ist der beste Monat, würde ich gerade sagen. Es ist nicht der günstigste. Ich will in deinem Anus sein. Ah, Hilfe! Ja, meine Güte, guter sei! Nein! Ich will das hier alles rausmachen. Das sind hier, glaube ich, nur die Shader. Oh mein Gott. Ah, Hilfe! Ich mach das Spiel kaputt! Hilfe! 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 Ich mach's mich wieder besser! Sorry! 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 Das sind seine Eier? Oh nee. So gut kämmern's doch noch gar nicht. Wo warst du drin? Im Gundal? Also im Laden. Oh, oh. Das war... Das... Oh, das war mies. Oh, das war ja richtig mies. Ah, Hilfe! Nein, Mensch, der kommt nicht an den Riss zu früh. Ah, nein! Na, na. Hallo, da. Ah! Ah! Aber ich nicht. Ich mach den Ball. Ich will diese Eier. Oh, Vorsicht! Ih! Oh nein, ich will nicht verflucht sein! Ah! Aber der macht ja auch nicht seine Beine breit. Ah! Jeder darf... Oh mein Gott. Oh Gott, warum muss jetzt der Hund bellen? Ist mir alles okay? Oh, ich... Ich geh mal kurz zu den Hunden. Oh. Das war der falsche Knopf. Ach, du Scheiße. Was? Ich bin hinter der Wand gestochen! Wollt mich doch verarschen! Einen Knie ins Pfeil zu bekommen. Einen Pfeil ins Knie, meine ich! Weine ich bei ihr aus? Ida hat mich so einen Mann runtergeschubst. Ach so, Quatsch. Ich bin... Ich bin eine Frau! Oh! Der ist ja doch gar nicht der Fahrstuhl! Nein! Ich dachte, der kommt automatisch nach oben! Das erinnert mich an Dachshund 3! Das ist der Rosettenkrieg! Oh. Oh, oh. Ah! Nee, mach nicht den Fahrstuhl kaputt, du blöder Penner! Ah, nein! Was? Hier ist der Hauptwender. Oder von hier jetzt nach rechts. Ach, drinnen? Ach so. Ach so. Der sticht richtig geil, das finde ich auch. Ich glaube... So einen Stecher haben wir uns alle gefunden.